Grüß Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Pressestate und vor der Fraktionssitzung mit dem Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch. Bitte. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Bevor ich zu dem Thema, was Sie vermutlich alle am meisten interessiert, will ich doch auf einen Punkt inhaltlich verweisen, der aus meiner Sicht zumindest eine gewisse Weichenstellung vornimmt. Wir haben in der letzten Woche Meinungsäußerungen des Verteidigungsministers gehabt und gleichzeitig eine Meldung zur Erhöhung der Hilfen für die Ukraine. Ich möchte zu beidem kurz etwas sagen. Ich finde das nicht nur problematisch, wenn Boris Pistorius die Bundeswehr kriegsbereit und kriegstüchtig machen will. Ich finde es auch nicht nur ein verbales Problem, sondern dort steht ja mehr dahinter. Und ich finde es gerade auch für einen Sozialdemokraten ausgesprochen problematisch, denn bisher habe ich von der SPD immer etwas von Verteidigungsbereitschaft gehört und gelesen. Dass es diesen Wandel gibt, das ist nicht nur eine verbale Frage, sondern da geht es um mehr. Wir sehen das auch bei den konkreten Umsetzungen, bei dem Haushalt, der demnächst verhandelt werden wird, wo es enorme Steigerungen gibt, nach NATO-Kriterien über 85,5 Milliarden, erstmalig auch über 2 Prozent. Das alles sehen wir als Linke als ausgesprochen problematisch an. Und ich will auch den besonderen Punkt der Verdopplung der Militärhilfe für die Ukraine benennen. Das ist aus meiner Sicht, wenn man von 4 auf 8 Milliarden geht und gleichzeitig bei der Kindergrundsicherung in Deutschland nicht annähernd die ursprünglich geforderten 12 Milliarden von Frau Paus bereitstellt, sondern 2,4, die nicht mal die gesetzlich verbrieften Leistungen abdecken, dann sehe ich das als ein ausgesprochen großes Problem an. Und es sagt etwas über die Prioritätensetzung der sich selbst sogar ursprünglich nennenden Fortschrittskoalition. Ich kritisiere das in großer Deutlichkeit und ich halte das für brandgefährlich, bei vielen sozialen Bereichen in unserem Land, ich habe die Kindergrundsicherung symbolisch benannt, in dieser Art und Weise zu kürzen und gleichzeitig diese Erhöhung, was die Ukraine-Hilfe betrifft, vorzunehmen. Ich möchte zumindest auf die Zahlen verweisen, die ja das Institut der Weltwirtschaft in Kiel zum 31.07. diesen Jahres vorgelegt hat. Da hat Deutschland bisher 17 Milliarden Militärhilfe geleistet, Großbritannien 7, Italien sogar 0,7 Milliarden und Frankreich 0,5 Milliarden. Ich finde mindestens, dass das nachdenkenswerte Zahlen sind und hier so sehr aus der Hüfte zu sagen, es gibt eine Verdopplung, sehe das als sehr problematisch an und wir werden das auch in Deutlichkeit kritisieren. Mein zweiter Punkt ist der, wir haben ja in der letzten Woche in der Fraktion Die Linke einstimmig beschlossen, dass wir heute die Liquidation der Fraktion beschließen wollen. Das war angekündigt und ich gehe davon aus, dass das heute auch beschlossen wird. Natürlich ist das ein gravierender Einschnitt. Wir haben allerdings damit dann auch Klarheit. Klarheit, dieser sehr, sehr lange, auch lebende Prozess ist beendet. In jedem Fall ist dieser Tag kein Grund zur Freude. Es kann kein Grund zur Freude sein, denn links von der Ampel wird im nächsten Jahr keine Fraktion mehr sitzen. Es ist eine Niederlage letztlich für alle Mitglieder meiner Fraktion, natürlich ist es auch für mich eine Niederlage. Und ich glaube auch, dass es am Ende des Tages Konsequenzen für unser Land haben wird, wenn es keine linke Fraktion mehr im Deutschen Bundestag gibt. Wir verlieren logischerweise zunächst Rechte und auch Möglichkeiten, um beispielsweise soziale Verbesserungen anzumahnen. Ich will an die letzte Woche erinnern. Wir haben den Antrag, den Mindestlohn auf 14 Euro zu erhöhen, eingebracht. Ich lese von Lars Klingbeil, von Ricarda Lang, von vielen anderen, dass das dringend notwendig wäre. Ja, es wäre dringend notwendig, so wie Olaf Scholz, als er noch in Hamburg war, die 12 Euro postuliert hat und durchgesetzt hat als Kanzler, wäre es jetzt aufgrund der Inflation dringend geboten, auch hier zu agieren. Das ist nur ein Beispiel. Ich könnte Ihnen sehr, sehr viele aufzählen. Es ist auch klar, dass wir versuchen werden, möglichst zügig als Gruppe hier im Bundestag zu agieren. Diese Entscheidung liegt natürlich nicht bei uns, aber damit sind Möglichkeiten und auch Einfluss wieder deutlich erhöht. Eine Gruppe kann politisch viel bewirken. Ich will mal deutlich sagen, lieber einig mit 28 als zerstritten mit 38. Ich will auch in großer Klarheit sagen, dass die Partei, die ja jetzt noch keinen Namen hat, nicht der Bezugspunkt unserer Politik sein wird, sondern die Ampelpolitik hier im Deutschen Bundestag ist die, die wir von links zu kritisieren haben und eigene Vorschläge zu unterbreiten haben. Das werden wir, wenn wir als Gruppe konstituiert sind, auch wieder tun. Und ich will betonen, dass die Liquidation, das ist so ein Begriff, der sich etwas problematisch anhört. Ich meine, ich war mal Unternehmensberater, da gab es das hin und wieder, das liquidiert wurde, was immer auch eine Chance war. Ich will aber vor allen Dingen darauf hinweisen, dass es keinesfalls das Ende der Linken ist. Die Linke agiert weiterhin. Wir regieren in drei Bundesländern, stellen einen Ministerpräsidenten. In meinem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern regiert erfolgreich eine rot-rote Koalition. In meinem Wahlkreis in Rostock stellen wir als Linke die Oberbürgermeisterin. Und so gibt es viele Vertreterinnen und Vertreter der Linken, die nicht nur weiter aktiv sein werden, die diese Chance natürlich auch nutzen wollen. Es ist eine Chance für einen Neustart. Diese Chance gilt es entschlossen wahrzunehmen. Aber es gibt eine aus meiner Sicht existenzielle Voraussetzung. Es muss Schluss sein mit der wirklich unsäglichen Selbstbeschäftigung. Es muss Schluss sein mit permanenten Auseinandersetzungen. Die Chance ist jetzt da. Es gibt auch nicht mehr den Bezugspunkt auf nur eine Person. Ich habe das schon am vergangenen Wochenende erleben dürfen in Sachsen bei einem Parteitag, wo ich wirklich überrascht war, wie entschlossen und wie engagiert die Mitglieder dort in den Landtagswahlkampf gehen werden. Am Ende des Tages wird es eine Zahl geben, die entscheidet, ob dann das, was ich hier als Möglichkeit aufgezeigt habe, wirklich eingetreten ist. Und das wird die Zahl sein, die im September des Jahres 2025 bei der Bundestagswahl aufleuchtet. Das ist das Kriterium. Wenn wir es schaffen, und das muss das Ziel sein, wieder als Fraktion im Deutschen Bundestag, in den Bundestag einzuziehen, dann war es erfolgreich. Ansonsten eher nicht. Dieses Ziel, das ist eine, ja, eine Herkulesaufgabe. Aber wir haben schon andere Aufgaben bewältigt. Vielleicht ist auch diesmal die Möglichkeit dafür da. Dankeschön. Frau Maurer, Sie haben die erste Frage. Herr Masch, was muss der oder die Liquidator, Liquidatorin mitbringen und wen haben Sie im Blick? Also die Liquidatoren haben eine Aufgabe, die im Wesentlichen gesetzlich vorgegeben ist. Eines ist klar, wir werden die Erfahrungen, die es ja im Deutschen Bundestag gibt, die Grünen haben im Jahre 1990 liquidiert, die FDP hat unlängst eine Liquidation durchgeführt und wir haben als PDS auch schon mal eine Liquidation durchführen müssen. Diese Erfahrung werden wir aufnehmen. Und das ist vor allen Dingen die Aufgabe, gesetzeskonform zu agieren, weil das ja auch von der Bundestagsverwaltung entsprechend begleitet wird. Über die Personen gebe ich Ihnen gerne Auskunft nach der Sitzung, weil wir das in wenigen, hoffe, Minuten beschließen werden. Bitte. Aber ich glaube, man wollte eine Kost, wenn ich würde zum einen, beziehungsweise lieber mit 28 Leuten in einer Gruppe geeint handeln, als mit 38 zerstritten. Sind Sie sich sicher, dass diese 28 dann auch am gleichen Strang ziehen? Und mit Blick auf die Zukunft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Linksfraktion, können Sie ungefähr eine Größenordnung sagen, wie viele dieser Personen bei einer künftigen Gruppe noch beschäftigt sein können? Also was das Erste betrifft, kann ich ja hier nur Wünsche äußern und kann das sagen, wofür ich stehe. Ich glaube, dass es dringend notwendig sein wird. Das heißt ja überhaupt nicht, dass man bei jeder Frage die gleichen Positionen haben muss. Das wäre ja verheerend für eine Linke. Und ich finde auch, dass man auch inhaltlichen Streit sehr wohl führen kann. Ich weiß, dass Überschriften dann in der Regel heißen Streit bei der Linken zum Thema Y. Das ist aber nicht mein Problem. Solange dieser kulturvoll und in der Sache ausgetragen wird, habe ich auch nichts gegen ein Maß an Öffentlichkeit. Aber jetzt wird es vor allen Dingen darauf ankommen, dass wir gemeinsam agieren. Die nächsten Aufgaben sind übersichtlich. Wir versuchen natürlich möglichst zeitnah Gruppe zu werden. Wir werden versuchen, uns möglichst zeitnah zu organisieren und konstituieren. Und dann geht es darum, dass wir unsere politischen Inhalte gerade hier im Deutschen Bundestag mit Blick auf die Ampel umsetzen. und auch die drei ostdeutschen Landtagswahlen in den Blick nehmen. Was die Frage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft, kann ich Ihnen nur sagen, dass diese Frage offen ist. Das hängt von vielen Faktoren ab. Das entscheiden nicht wir. Aber eins kann ich Ihnen gesichert sagen, dass wir natürlich versuchen werden, viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, durch die wir kluge Anfragen stellen konnten, teilweise gute Reden halten konnten und Einfluss auch hier auf die Politik nehmen konnten, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dringend brauchen und dass wir möglichst zeitnah versuchen werden, auch Menschen in der hoffentlich dann neuen Gruppe, was auch nicht wir entscheiden, sondern andere, auch wieder für Engagement und für die Linke zu begeistern. Frau Palzer. Herr Bartsch, wann wird denn dann der Stichtag jetzt sein, also der Liquidations-Tag erstens? Und zweitens, Sie haben ja gesagt, es gibt schon Erfahrungen, Sie selber haben als PDS-Mitglied auch Erfahrungen. Wie lange dauert das eigentlich, bis man sagt, ich möchte eine Gruppe sein, dass man dann auch eine Gruppe wird? Das muss ja der Bundestag bestimmen, nur so ungefähr. Also zum Stichtag sage ich Ihnen, direkt nach der Sitzung werde ich Ihnen den Stichtag sagen, den wir beschließen werden. Das entscheidet die Fraktion und ich werde dazu einen Vorschlag unterbreiten, den ich hier vorab nicht nennen werde. Was die Frage der zeitlichen Abläufe betrifft, ist die erste Frage, wann eine Gruppe anerkannt wird. Und diese entscheiden nicht wir, das entscheidet der Deutsche Bundestag. Da gibt es dann einen entsprechenden Beschluss dazu, den hat es auch im Jahre 94, wo wir auch Gruppe gewesen sind, gegeben. Da haben wir im Übrigen über das Verfassungsgericht eine Vielzahl von Rechten erstreiten können, die inzwischen unstrittig sein werden, weil das Verfassungsgerichtsurteile sind. Die zeitlichen Abläufe, da gibt es viele Fragezeichen und das wird von konkreten Dingen abhängig sein. Ich will das nur bezüglich der Liquidation mal sagen. Die FDP hat sechs Jahre liquidiert. Wir als PDS damals waren deutlich schneller. Aber das sind offene Fragen und das hängt von vielen, vielen subjektiven Dingen ab. Eine Prognose wäre da völlig unzulässig und ähnlich ist es auch, was das Thema Gruppe betrifft. Eines kann ich Ihnen allerdings sagen, wir werden alles unternehmen, dass es möglichst schnell geschieht. Und wir werden mit Sicherheit einen entsprechenden Antrag stellen, mindestens, sage ich mal, mit dem Tag der Liquidation. Herr Jahn. Ich wollte eigentlich, die Kollegin Palzer ist mir etwas zuvor gekommen, nach den zeitlichen Abläufen sagen, das heißt aber, Sie streben an, die Frist zwischen Ende Fraktion, alle sind Einzelabgeordnete, und Anerkennung als Gruppe möglichst kurz zu machen? Das gibt eine gewisse Logik dafür, sich zu engagieren, weil man von da an andere Möglichkeiten hat. Weil es gibt dann wieder die Mitgliedschaften in Ausschüssen, es gibt dann wieder die Möglichkeit von Redezeiten. Also alles, was parlamentarisch geboten ist, das kann man in den Beschlüssen, wo der Bundestag jeweils für Gruppen festgelegt hat, was deren Rechte sind, nachlesen. Die sind so klein nicht. Dazu müssen Sie ja auch mit dem Bundestagspräsidium und mit der Bundestagsverwaltung sich ins Benehmen setzen. Ich nehme stark an, dass dazu Gespräche führen können. Können Sie dazu das bejahen und uns auch sagen, sozusagen, was Sie da bereden? Ich kann das selbstverständlich bejahen und kann Ihnen selbstverständlich nicht sagen, was ich da berede. Hundert Mitarbeiter sind betroffen davon, jetzt wahrscheinlich von Kündigungen, sobald die Auflösung beschlossen ist. Welche Fristen gibt es da, bis wann? Und können Sie wieder welche einstellen, wenn Sie als Gruppe anerkannt werden? Wie viele ungefähr sind betroffen? Wir können einstellen, wenn ein Gruppenanerkenntnis vorliegt und entsprechende Zuweisungen erfolgt sind. Weil das ist ja an die Finanzzuweisungen gebunden. Wie viele das sein werden, das obliegt dann auch der neuen Gruppe. Und deswegen wäre das vermessen, da jetzt über wirklich konkrete Zahlen zu reden. Aber ich habe den politischen Anspruch genannt, den will ich gern wiederholen. Natürlich versuchen wir diejenigen, die sehr, sehr dringlich gebraucht werden, denen auch vorher zu signalisieren, dass sie gebraucht werden und dass wir sie in einer neuen Gruppe brauchen. Denn eines ist doch ganz klar, wenn wir erfolgreich wiederkommen wollen, Wenn wir Unterstützung für die anstehenden Wahlkämpfe leisten wollen, also jetzt, ich sage mal, mindestens ehrenamtlich oder auch durch die Abgeordneten, dann sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unendlich wichtig, weil Abgeordnete glauben zwar, dass sie wichtig sind und sind sie ja auch, aber ohne Mitarbeiter sind sie in der Regel gar nichts. Herr Nachfragen. Im Moment, wo die Fraktion sich auflöst, fließen kann der Mittelmeer. Das heißt, Sie müssen kündigen erst mal. Mit einer Liquidation muss gekündigt werden. Punkt. Das ist Gesetzeslage. Da gibt es kein Ermessen. Herr Lehmann. Ja, ist das für Sie jetzt heute auch der Abschied von dieser Stelle oder streben Sie auch an den Gruppenvorsitz zu übernehmen? Herr Lehmann, der Abschied von dieser Stelle wird es dann nicht sein, wenn zum Beispiel in der nächsten Sitzungswoche wir Fraktion sein sollten. Dann werden Sie mich und Herrn Schlick hier wiedersehen. Alle anderen Fragen kann ich Ihnen und will ich Ihnen auch gar nicht beantworten, weil das wäre wirklich vermessen. Es wäre vermessen. Wir haben eine Situation, wo man eine Entscheidung nach der anderen treffen kann und nicht etwa über... Ich kann auch gern darüber reden, wie wir 2029 dann zweistellig in den Bundestag einziehen. Bloß das ist genauso albern, als wenn ich jetzt über diese Frage reden würde. Ja, dann sehe ich keine weiteren Fragen. Doch, Frau Schuler, bitte. Sind Sie denn ganz sicher, dass die verbliebenen 28 eine Gruppe bilden werden? Oder könnte es theoretisch sein, dass auch diese Gruppe sich nochmal aufspaltet? Beziehungsweise haben Sie die Sorge oder Hinweise darauf, dass Abgeordnete vielleicht sich auch anderen Fraktionen, nicht der Wagenknecht-Gruppe, sondern anderen Fraktionen und Parteien anschließen wollen? Schauen Sie, ich kann für mich eine klare Aussage treffen. Seit der Entscheidung des Abgeordneten Thomas Lutze lege ich keine Hände mehr in Feuer. Aber ich kann Ihnen eine klare Zielstellung sagen. Und die Zielstellung ist, wir haben einen Auftrag, den haben Wählerinnen und Wähler uns gegeben. Über zwei Millionen haben uns gewählt. Und diese Aufgabe gilt es wahrzunehmen. Und ich finde es eher problematisch, wenn man für eine Partei, in diesem Fall für die Linke, kandidiert, da ein Mandat erhält durch die Linke und dann sagt, nö, ich bin jetzt woanders. Das finde ich problematisch. Da wäre die Konsequenz eigentlich, dass man sagt, okay, ich gebe das Mandat zurück, weil ich ja mit der Vereinigung, mit der Partei nicht mehr kann. Aber Sorgen und so weiter, wissen Sie, ich habe in den letzten Wochen eine Vielzahl von nicht nur angenehmen Entscheidungen anderer zur Kenntnis nehmen dürfen. Meine Sorgen halten sich in Grenzen. Es ist ganz gut, dass ich in Vorpommern geboren bin und auch weiterhin diese Mentalität habe und dadurch einigermaßen gute Nerven habe. Ich hoffe, das hält noch einige Zeit an. Frau Wolf, noch mal bitte. Letzte Frage. Ich habe eine Frage gefragt, Herr Wagenknecht, die Bedauern ist, dass es keine linke Kraft mehr links von der Ampel geben wird. Würden Sie denn jetzt den Verein und die künftige Partei von Frau Wagenknecht als links von der Ampel einordnen? Also ich habe, was Sie gesagt haben, nicht gesagt. Ich habe gesagt, es gibt keine linke Fraktion. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Denn wir werden links von der Ampel nicht nur platziert, sondern auch politisch agieren. Was die neue Formation betrifft, da kann ich mich schlecht zu äußern. Denn ich habe die Bundespressekonferenz zwar gesehen, aber das war in einem so allgemein gehalten. Ansonsten projizieren sich Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen auf das, was Frau Wagenknecht sagt. Das kann interessant sein, aber mich würde mehr interessieren, was dann konkrete Politik bedeutet. Ich höre, dass Sie regieren wollen. Noch ist nicht mal die Partei gegründet, noch sind Sie in keinem Parlament. Sei es drum. Aber da bleibt der Satz, den ich vorhin formuliert habe. Die werden nicht der Bezugspunkt unserer Politik sein, sondern der Bezugspunkt unserer Politik hier im Bundestag wird die Ampel sein. Wir werden alles tun, dass diejenigen, die als nächstes Landtagswahlen haben, und das sind Brandenburg, Sachsen und Thüringen, dass wir dort alle Unterstützung geben können. Und das heißt natürlich auch, dass wir unsere Ostkompetenz wieder erschaffen müssen. Ja, dann sehe ich keine weiteren Nachfragen. Danke, dass Sie zu Zahra euch erschienen sind. Schönen Tag, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal in der Haushaltswoche. Der Haushaltswoche.